Lass ich dir jetzt mal dort. So, die Schatten habe ich jetzt noch zu Hause. Die Hand schon auf mir habe ich große Hände in den Namen. Ja. Guck mal, halt so oben an der Hand. Ja, guck mal. Guck mal. Das war schön, ne? Ja, das war ja echt süß. Ja, aber ist das... Ah, der ist ja jetzt noch, oder?